Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr diesen kleinen süßen Puh Bär nachhäkeln könnt. Ich habe ihn gehäkelt mit einer Nadel der Stärke 3,5. Meine Wolle, die was ich immer benutze, schaut doch einfach mal in die Beschreibung rein. Dort habe ich euch links verlinkt. Dort seht ihr, mit was ich immer häkle, wo ich die Augen her habe, die Wolle oder die Füllwatte. Der Bär ist eigentlich nicht ganz schwer. Ihr macht einfach einmal den Körper, den Kopf, die Öhrchen, dann die Arme und die Füßchen. Ihr braucht dafür nur die Farbe Gelb, eine ziemlich grelle Gelb am besten, wenn es der Puh Bär sein soll, und nur eine Rot. Und für die Nase habe ich einfach mit einer Schwarz drauf gesteckt und Augenbrauen habe ich noch drauf gesteckt und die Augen habe ich einfach aufgeklebt. Das sind halt einfach Wackelaugen. Ich finde, es schaut ganz toll aus. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt, mehr von meinen Anleitungen würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.